Traumaresilienz und Stärkung. Müssen wir uns Sorgen machen, dass wir nicht stark oder fähig genug sind für das Leben, wenn wir Trauma erfahren haben? Welche Faktoren können mir denn helfen auf dem Weg der Heilung oder ist etwa alles verloren und mehr Widerstandsfähigkeit kann ich ja gar nicht mehr erlangen? Im Laufe des Videos erfährst du Antworten auf all diese Fragen. Und meine acht ganz persönlichen Erkenntnisse aus 15 Jahren Kindersmisshandlung und danach weitere 20 Jahre Fürsorgen der Peiniger und Täter, also 35 Jahren Leid. Gibt es denn überhaupt positive Erkenntnisse und positive Schlussfolgerungen aus so viel Leid und so ein Schicksal, fragst du dich vielleicht? Und ich kann dir schon zusichern, ja, es gibt welche. Ich heiße Gabriela und ich begleite Menschen mit Entwicklungstrauma, bin Selbstüberlebende und ja, ich freue mich jetzt einfach auf dich. Ich habe 15 Jahre Kindersmisshandlung erlebt und zwar, ich war sechs Jahre alt, als unser Vater sich von meiner Mutter getrennt hatte und ich bin mit meiner Mutter mit sechs Jahren und mit meiner Schwester drei Jahre dann alleine geblieben. Und von da an hat sich ja meine Mutter verändert. Sie hatte immer mehr narzisstische Züge und sie hat ja all die Jahre immer strenger und immer intensiver emotionale, verbale Gewalt, aber auch körperliche Gewalt, also richtig, richtig Misshandlung ausgeübt und zuletzt dann auch noch sexualisierte Grenzen wurden überschritten. Leider erst deutlich später haben wir erfahren oder wurde dann auch festgestellt, dass unsere Mutter auch psychotisch erkrankt ist, nachdem wir die Flucht ergreifen konnten, was mir leider nicht gelungen ist, aus traumabasierter Charakorabhängigkeit rauszukommen und so diente ich sowohl meine Schwester als auch meine Mutter weitere 20 Jahre lang. Heute weiß ich aber sehr gut, dass all diese Jahre letztendlich mich stärker gemacht haben und klar auch etwas resilienter. Ich habe dir acht Dinge, acht Erkenntnisse mit auf den Weg zu geben, die dir heute ab sofort dabei helfen können, dass es dir besser geht bzw. dass du dich stärkst. Wenn wir Traumatisierung, also interpersonelle Traumatisierung erfahren, dann erleben wir häufig und sehr lange, dass wir diese Verantwortung für das Geschehen auf uns selbst übertragen und wie wir daraus kommen, ist natürlich auch nicht so einfach. Sehr lange glauben wir sogar daran, dass diese ich bin schuld und ich bin auch ein Versager, wenn wir, wenn ich diese Schuld nicht bekämpfen kann. Insbesondere, wenn wir Gewalt wiederholt und über ganz lange Zeit erlebt haben, ist es schwer, ja, den Weg zu gehen, bis wir diese Verantwortung abgeben können und bis wir dessen auch bewusst werden, dass es ja nicht unsere Verantwortung war und ich weder schuld bin, noch dass ich ein Versager sei. Ein zweiter ganz wichtiger Kriterium ist, dass ich das nicht nur weiß, also nicht nur mit dem Verstand, sondern dass ich das auch emotional verarbeitet habe. Also dass meine Emotionen auch tatsächlich sagen, nicht nur mein Gedanke, ich bin nicht schuld und ich habe auch nicht versagt. Wie kannst du das erreichen? Das ist üben. Das ist üben, üben in Achtsamkeit und üben, dich selbst zu ertappen, wenn wieder dazu kommt, dass du ein Schuldgefühl oder ein Versagegefühl empfindest, dann prüfst, ist das jetzt wirklich so? Ist das berechtigt oder hat jetzt dich wieder diese alte Erfahrung sozusagen, ja, eingefangen? Ja, wenn wir Traumatisierungen erfahren haben und gerade auch diese ganz lang anhaltenden, dann ist dieser Gefahrgefühl sozusagen Bestandteil von unserem Leben und von uns. Das äußert sich unter anderem in Ängsten, aber auch Hippervigilanz oder dass du Flashback hast oder Intrusionen kommen, deine emotionale Flashbacks, aber auch natürlich die Erschöpfung, weil wir uns ja dagegen ankämpfen. Diese anhaltende Gefahrgefühl raubt uns unglaublich viel Energie. Das hast du wahrscheinlich auch erfahren und die Lösung ist, dass du das Sicherheitsgefühl gestaltest und für dich einrichtest. Ich weiß, dass auch sogar in unserem Körper es häufig nicht leicht zu finden ist, irgendeiner klitzerkleine Ort, wo du Sicherheit empfindest oder auch natürlich in deinem Umfeld, dass du diese Sicherheit schaffst. Aber es geht, das kann ich dir versichern. Dritte Erkenntnis bzw. ein Kriterium, damit du mehr Resilienz, also Widerstandsfähigkeit allgemein im Leben, aber auch natürlich gegenüber neuen Traumatisierungen erlangen kannst. Da geht es jetzt um Selbstmitleid und Selbstbeschämung. Beides sind wieder natürlich Traumafolgen, aber diese rauben uns heute auch nicht nur viel Energie, sondern die hindern uns sogar daran, dass wir Richtung Heilung Schritte machen. Selbstmitleid, also im Sinne, ja, das ist ja doch so Wahnsinn, was mir passiert war. Mein Schicksal ist ja doch, wer hält denn das ja wohl aus? Oder, dass man sich die Geschichten immer wieder holt oder dass man eben auch anderen ständig darüber berichtet. Und auch die Selbstbeschämung, also wo du dich selbst gegenüber Sanktionen sozusagen einleitest, sobald du zum Beispiel nicht entsprichst. Oder, dass du immer noch Ängste hast oder dass du dein Empfinden nach in der Heilung nicht ausreichend voranschaltest. Jedenfalls, dass du dich selbst strafst und das ist natürlich zerstörerisch. Das heißt, dass es uns nicht nur nicht gut tut und uns an der Heilung hindert, sondern dass deine Gesundheit nachhaltig verschlechtert. Also, es geht dir nicht nur nicht voran und es geht dir auch nicht gut, sondern du schadest dir sein. Deine Lösung könnte sein, so wie bei mir, eine bewusste Entscheidung zu treffen und zwar mit dem Titel Ich lasse mir niemanden mehr mein Glück zu nehmen. Es kann sein, dass bedeuten wird, du musst zum Beispiel zu den Bezugspersonen oder zu deiner Heimat oder zu deiner Familie den Kontakt abbrechen. Weil sogar Buddha hat ja schon gesagt, dass eine Heilung in gleichem Umfeld, wo du erkrankt bist, nicht möglich ist. Aber da anstelle Selbstmitleid und Selbstbestimmung bist du in einer aktiven Rolle und du gestaltest dein eigenes Leben. Und das ist einer der Faktoren, dass du mehr Stärkung und Kräftigung, Widerstandsfähigkeit erlangen kannst. Meine Empfehlung für dich und womöglich auch deine Lösung, dass du ganz selektiv deine Umgebung gestaltest. Das ist auch für deine bewusste und aktive Handlung alles und jeden, wo dir nicht guttun, eliminier aus deinem Leben. Das ist meine Empfehlung und das kann sein, dass es jahrelange sogenannte Freundschaften dann zu Bruch gehen, dass du deine Eltern erst mal nicht kontaktierst oder für immer nicht mehr Kontakt aufnimmst und dass du auch dahin guckst, was für ein Arbeitsumfeld hast du heute und wie deine Partnerschaft aussieht. Hast du den richtigen Partner, die richtige Partnerin an deiner Seite oder sind diese Beziehungen genauso toxisch und genauso schädlich wie damals in deiner Kindheit? Auf dem Weg deiner Heilung und damit dann auch Aufbau deiner Resilienz ist der Glaube. Der Glaube, es muss, also warte mal, ich fange nochmal an. Ich heiße ja Gabriela. Gabriela bedeutet Kind Gottes und womöglich würdest du nicht mal ahnen, aber ich bin nicht mal getauft. Meine Eltern haben gedacht, primär mein Papa, dass wenn wir erwachsen genug sind, dann können wir uns auswählen, ob wir eine Religion annehmen möchten, also ein Glauben annehmen möchten. Welche Religion ist denn das? Und somit haben sie uns die Freiheit gegeben. Und ein Glaube ist damit aber nicht verloren gegangen. Das war ja nicht die Intention. Der Glaube, den ich mir entwickelt habe, und das hat mir all die Jahre auch während der Misshandlung von meiner Mutter oder durch meine Mutter geholfen, auch in den Krankenhäusern, wo ich ja so ganz arg um mein Leben gekämpft habe, Ich habe zwar damals Gott verdammt. Ich habe gefragt, ja, was habe ich denn getan, dass ich so gestraft werde? Warum muss ich diese Schmerzen so ertragen? Ich habe wirklich Gott verdammt, wobei ich nicht mal eine Religion hatte und an Gott an sich auch bis heute so nicht glaube. Ich denke, ich glaube in eine andere Form an Gott und zwar an der Natur und an meine eigenen Kräfte. Und an die glaube ich bis heute. Und das könnte für dich auch die Lösung sein, dass du ein Glauben suchst oder findest oder ein Glaube findet dich, eine Zuflucht, eine innere Zuflucht findest, der, der oder die oder das, wie auch immer, wie dein Wahl dann ausfällt, aber in ganz schlimmen Zeiten, wo man in der Regel alleine ist, da drauf zurückgreifen kannst. Und ich habe noch ein Geheimnis für dich. Bis heute habe ich ein Mantra, was sozusagen in solchen Fällen und bis heute auch, wenn ich ganz arge Schmerzen habe zum Beispiel, die ich ja ständig sage. Und das ist ja aus meiner Kindheit entstanden. Als mein Papa damals ging, ich war ja noch nicht mal ganz sechs Jahre alt, also irgendwie so fünf, so fünfeinhalb. Und sein Verlust war für mich ein, also ein, ein, bis heute eigentlich mein größter Trauma. Und das zweite Mal ihn zu verlieren, jetzt in 2018, war dann der Punkt, wo bei mir alles zusammenbrach. und von Kind an, dass ich innerlich immer ihn gerufen habe. Also ich habe immer gerufen, Opa, 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 das heißt ja auf Ungarisch, Papa. Und das ist wie ein Mantra. Das hat mir so viel geholfen. Und vielleicht findest du dir auch ein Mantra. Wir wissen, dass Mantras auch heilsam sind. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann auch Liebe sein. Oder es kann ja auch eine Person sein, die dir viel bedeutet. Ein Name sein. Das kann ein Tier sein. Ein Krafttier sein. Aber das ist auch, ja, ein Teil von Glaube. Ein Glaube, das diese Mantra, diese Wiederholung, einen beruhigt. Das wissen wir ja auch. Wir beginnen uns sogar auch zu bewegen. Ja. Und kann ja dein Glaube an, ob das jetzt Jesus ist, oder Buddha ist, oder bist du ein Hindu, oder Moslem. Das ist egal. Vielleicht bist du auch Atheist, oder glaubst du so wie ich, unter anderem auch an der Natur. Aber ein Mantra mit dazu, hilft auf jeden Fall. Probier mal vielleicht aus. Mein nächstes Erkenntnis ist, Danke zu sagen. Und zwar so oft, wie nur geht. Das ist jetzt nicht damit zu verwechseln, dass diese Art von Pleasing, ja, was wir mit Entwicklungstrauma und emotionaler Gewalt so häufig dann bis heute machen, also diese sehr, sehr höflich sein und immer für alles, also wirklich für alles bedanken, sondern das ist im Sinne Dankbarkeit. Also wo du ein tiefes Empfinden kultivierst und versuchst zu spüren, dass die Existenz, dass dein Leben immer noch da ist und dass du das überlebt hast, dass es ein wunderbare Bereicherung für dich ist und dass es dich auch stärker gemacht hat. Und das ist nur eine Möglichkeit der Dankbarkeit. Dankbarkeit kannst du auch jeden Tag, zum Beispiel, ja, schon einen Abend zum, ja, praktizieren, wo du den Tag aufzählst und nachdenkst, okay, was war, wofür kann ich heute dankbar sein? Und wir wissen, es gibt auch klinische Studien dazu und Dankbarkeit gehört auch zum Beispiel zum Yoga, aber Dankbarkeit, das ist eine Ausrichtung in dir, welche grundauf positiv ist, und zwar positiv gegenüber deinem Leben, gegenüber anderen und auch gegenüber deiner Vergangenheit und dementsprechend ist es heilsam. Ich streite es nicht ab, dass Dankbarkeit sagen zu können und auch irgendwann vielleicht empfinden und fühlen zu können, ein langer Weg ist. Bei mir war das auch, Jahrzehnte hat es gedauert, und, aber es gelingt und ich kann heute auch sogar dafür dankbar sein, dass durch die, ja, durch diese gewaltvolle, Jahre, durch meine Mutter, was ich alles an Fähigkeiten und auch Charakterstärke erlangt habe. Und das zu empfinden ist wieder, so wie bei diesem Selbstmitleid, nicht wahr, also dass ich ja aus diesen, aus diesen, ja, Grab und Gruben rauskomme, ist ein Weg. Natürlich ist es ein Weg, aber denk vielleicht auch daran, ist eine sehr gute Empfehlung. Entwicklungstrauma bedeutet ja, dass wir über Jahre, Jahrzehnte, letztes Endes, ja, missbraucht worden sind. Jetzt, kannst du dir das vorstellen, dass all diese Jahre, diese Zeit, was wir dort erfahren haben, entgegenzuwirken, von heute auf morgen geht? Nein. Es geht, natürlich geht es nicht. Und dementsprechend, diese Entgegenwirken, indem wir heute das Positive primär üben und uns nur mit Positivem umgeben, dauert auch etwas länger. Und, ja, es wird dann leichter. Mein nächster Erkenntnis und damit Empfehlung für dich, um Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, zu entwickeln. Ein Tier, also ein Lebewesen, Sachen oder Beschäftigungen und Umgebungen suchst, die dir was bedeuten und die dir gut tun. Weil, zum Beispiel Tiere oder die Natur, wir sind ja eigentlich auch Tiere, ja, wir kommen aus der Tierwelt und die Natur ist unsere natürliche Umgebung beziehungsweise ein Tier, ob das jetzt ein Haustier ist oder dass du vielleicht reitest, Pferde sind auch, es gibt viele Pferde, Therapiepferde sind, Tiere können ja uns auch sehr gut spiegeln und aber auch sehr empfindsam uns begleiten. Nicht umsonst gibt es auch Assistenzhunde zum Beispiel und weil du dort auch eine Beziehung aufbaust und eine Bindung pflegst, welche aber sichtbar und offensichtlich dir gut tut, kannst du auch die positive und schöne Beziehungen, also all das, dieses Liebevolle, was du nicht erlebt hattest, tagtäglich üben. Und diese Art von Beziehungen und Bindungen sind in der Regel auch sehr liebevoll. Das heißt, dass du auch von diesem Tier oder eben auch von der Natur, man bekommt so viel zurück. Das allerletzte Erkenntnis und auch zu deinen Stärkung möchte ich mitgeben. Wir denken häufig, wir sind die Einzigen, die ja nur so was von schwerem Trauma erlebt haben und kein anderer hat es so leidhaft und so schlimm erlebt. Und die Erfahrungen, die wir häufig bei oder mit Therapeuten und auch Kliniken erlebt haben, ich gehöre auch dazu, seit 1996 bin ich in Begleitung von Therapeuten und dass man nie richtig eine Heilung oder einen ganz wesentlichen Sprung auf dem Weg der Heilung erfahren durfte. All diese Erfahrungen leiten uns häufig dazu, daran nicht zu glauben, dass wir in der Lage sind und dass wir fähig dazu sind, Richtung Heilung voranzuschreiten. Aber wir sind das. Jedes Tier und auch der Mensch gehört dazu, als Homo Sapiens, das in der Lage ist und das über Selbstheilungskräfte verfügt. Ansonsten wären wir schon ausgestorben. Also diese Rasse oder diese Lebewesen, Mensch verfügt über Heilungskräfte und auch über die Fähigkeit, einiges in unserem Organismus und in unserem Körper, wo ja so viel von unserem Trauma eben abgespeichert ist, zu verändern. Und diese Lebensfähigkeit und diese Heilungsfähigkeit ist auch in dir. Es ist auch in mir. Ansonsten wäre ich ja nicht mehr da und könnte ich gar nicht zu dir sprechen. Die Frage war ja noch, ob wir uns Sorgen machen müssen, ob wir überhaupt für dieses Leben und für ein neues Trauma stark genug sind überhaupt. Und ich sage dir ja.